hallo und herzlich willkommen bei games not over heute mal mit einem etwas anderen video es geht um freifunk was ist eigentlich freifunk das möchte ich euch einmal in diesem video vorstellen und dazu habe ich im hintergrund einmal die seite des göttinger freifunk vereins aufgemacht auf dem einige nützliche informationen dazu stehen was freifunk ist wir euch dabei beteiligen können wie ihr mitmachen könnt und genau die gehen wir jetzt einfach mal durch würde ich sagen und wir beginnen damit die frage zu beantworten was ist überhaupt freifunk freifunk ist zuerst einmal eine initiative beziehungsweise eine idee und hinter dieser idee steht ganz einfach ein ja plump gesagt einen freien wlan zugang zur verfügung zu stellen für alle leute das heißt freies wlan zack einfach aufgemacht ohne passwort ohne irgendwas aber jetzt kommt das wichtige so freien wlan zugang das kann ja auch meinetwegen die telekom auf verfügung stellen dann habt ihr euch da ein dann habt dabei an so eine anmeldeseite vorgeschaltet und das ist ein wichtiger speck beim freifunk den man beachten muss freifunk ist nämlich komplett anonym das heißt man braucht sich da nicht registrieren man klingt sich einfach mit seinem smartphone tablet laptop was auch immer klingt man sich in diesen freifunk knoten ein und hat sofort internet zugang das kostenlos da fallen also auch keine kosten an wenn ihr in ein freifunk knoten reingeht ihr müsst euch wie gesagt nicht registrieren es ist komplett anonym und unzensiert das heißt aus diesem freifunknetz habt ihr zugriff auf alle möglichen netzbereiche es gibt im freifunknetz gibt es keine netzsperren die vielleicht bestimmte ISPs haben oder einführen könnten und das wird es bei freifunk nicht geben freifunk benutzt auch eine eigene dezentrale und nicht kommerzielle infrastruktur das heißt ganz einfach das nehmen wir als beispiel die telekom die telekom stellt dsl leitung in deutschland beziehungsweise baut diese weiter aus und damit ist natürlich der verantwortliche für diese leitung die telekom und wenn jetzt ein internetanbieter im internet anbietet dann macht er das meistens über leitung von der telekom und das heißt also dass die infrastruktur der telekom gehört das heißt wenn die sagen okay wir schalten die leitung jetzt ab dann ist die leitung weg das kann eben bei freifunk nicht passieren weil das eben eigene infrastruktur ist und diese infrastruktur eben auch gemeinnützig ist und und keinem unternehmen hört also keinen kommerziellen zweck hat aber warum erzähle ich euch das ganze eigentlich ich finde einfach dass freifunk gerade im digitalen zeitalter eine wichtige rolle spielt denn es ist sowieso ein demokratisches grundrecht einem jeden freien internetzugang zur verfügung zu stellen das heißt er kann unzensiert auf die informationen im internet zugreifen er kann das kostenfrei machen und er kann das vor allen dingen anonym machen ohne dass jeder dass er sich irgendwie anmelden muss dass man seine id irgendwie rausfischen kann aus dem netz und deshalb sollte man dieses projekt unterstützen finde ich zumindest ist auch nicht teuer hier würden wir dann einfach mal weiter gehen zur hardware würde ich jetzt fast sagen ein freifunkrouter wenn es die günstigste variante ist kostet 20 bis 25 euro er 20 na gut bei amazon ist zum beispiel der tp link tlw 841 n zu haben für knapp 25 euro das ist so ziemlich das meistverwendete gerät da es ganz einfach kostengünstig ist und für den einsteiger also komplett ausreicht die zwei antennen bieten eben auch dementsprechend gute signalstärke dann an das heißt man stellt den also ich zumindest habe es jetzt so gemacht ich habe den bei mir tatsächlich auf den dachboden gestellt ganz einfach damit er eben den bereich bestmöglich ausstrahlen kann und der erreicht somit auch freifunkknoten in einer entfernung von ungefähr 130 metern da komme ich jetzt zu einem anderen punkt der im freifunk auch noch eine wichtige rolle spielt und zwar ist es die technik die hinter diesem netzwerk steht und zwar ist freifunk ein maschennetzwerk was ein maschennetzwerk ist und wie das aufgebaut ist habe ich mal in einem anderen video erklärt das verlinke ich hier auch ganz einfach mal und dieses maschennetzwerk ermöglicht es eben dass ein freifunkrouter mit einem anderen freifunkrouter kommunizieren kann das heißt das geht einfach über die luft und dazu muss der freifunkrouter eigentlich einfach nur in reichweite sein das ermöglicht mir dann auch dass ich ein freifunkknoten betreibe der überhaupt gar nicht ins internet weiterleitet sondern meinetwegen ich habe 50 meter 50 meter ist eine gute distanz ich habe in 50 metern reichweite einen anderen freifunkrouter stehen dann könnte ich mir dieses gerät also bei mir zu hause hinstellen der würde wahrscheinlich das maschennetzwerk also das maschennetzwerk vom 50 meter entfernten router empfangen und würde das hier dann weiter ausstrahlen es gibt natürlich auch nur ganz andere hardware die für weitere distanzen ausgelegt ist ich werde hier einfach mal einen blick auf die karte mit euch werfen das ist jetzt eben eine karte die vom göttinger ccc gemacht wurde und hier sieht man eben die access points wie sie verteilt sind blaue access points sind online und graue sind offline grüne sind relativ neue knoten das heißt die sind vor maximal zwei wochen denke ich oder so hinzugekommen da sieht man hier unten aber auch dass eben auch eine richtfunkverbindung ist es jetzt nicht ganz es ist wirklich nur eine ubiquity nano station die hier an dieser verbindung dranhängt und genau beziehungsweise auf dieser seite sogar eine tp link cpe 210 und mit diesen geräten die haben relativ gute antennen die sind natürlich dann auch etwas teurer als diese 25 euro für den normalen router aber es liegt immer noch im bereich von unter 100 euro sind diese geräte fähig funkverbindungen über distanzen von ja eben hier in diesem fall fünf kilometern aufzubauen auf dem 5 gigahertz frequenzband wäre natürlich noch mehr möglich 2,4 ist dadurch dass es eben in städten viel benutzt wird und rappelvoll ist ist natürlich nicht so rauscharm wie das 5 gigahertz frequenzband und deshalb kann man im 5 gigahertz frequenzband einfach noch mal bessere reichweiten erreichen das heißt da sprechen wir dann wahrscheinlich schon von 7 bis 8 kilometern ich glaube herstellerangaben sagen sogar 15 kilometer aber das schafft man dann glaube ich auch nur mit der Firmware von ubiquity die freifunkfirmware muss man leider sagen hat da in der signalqualität bisher immer einige abzüge gebracht das wird aber wahrscheinlich mit kommenden versionen auch noch nachgebessert dann würde ich sagen gehe ich jetzt noch mal so auf ein paar zentrale fragen ein die eben auch der freifunkverein hier in göttingen gelistet hat wie kann ich freifunk nutzen ja habe ich gerade erklärt ihr klingt euch einfach in einen wlan mit dem namen freifunk ein das ist dann meistens hoffentlich auch ein freifunkknoten diese knoten sind wie gesagt immer unverschlüsselt das heißt ihr braucht kein passwort eingeben um euch da einzuloggen das ist ein freier wlan zugang finden tut ihr den wie gesagt über die karte also je nachdem ob das freifunkprojekt eine karte zur verfügung stellt und wie gesagt es kann sich jeder so einen freifunkknoten anschaffen und wenn ihr euch so einen router im internet kauft dann ist das natürlich euer router genauso wenn irgendeine firma da mitmacht dann ist das eben firmeigentum der firma das kann eben jeder machen wie er will dann würde ich sagen gucken wir hier einfach mal auf die empfohlene hardware und da sehen wir halt hier schon diesen tp link den ich eben gezeigt hatte dann gibt es die nächstgrößere version das wäre der wr1043 nd kostet dann halt 40 50 euro dann um den dreh und dann gibt es noch eine bessere version und es kommt halt darauf an wie viele leute ihr in eurem freifunkknoten versorgen wollt für ein haushalt reicht der kleinste wenn ihr ein restaurant hat oder sowas dann müsste es vielleicht schon der 1043 sein und wenn es wirklich mehr in richtung geschäft geht und noch mehr kommen sollte dann vielleicht auch der wdr 4300 hier ansonsten für draußen wie gesagt diese nanostations von ubiquity auch um damit ja den bereich draußen zu versorgen nicht nur eben um also auch nicht nur um über lange strecken zu kommunizieren sondern eben auch um gewisse außenbereiche zu versorgen kann man diese nanostations wunderbar benutzen wie richtig so ein knoten ein ist eigentlich relativ simpel ihr müsst einfach auf den router den ihr euch gekauft hat eine sogenannte freifunkfirma überspielen dazu stellen die meisten organisationen und vereine auch anleitung bereit da steht dann einfach beschrieben was ihr machen müsst und wenn ihr diese software drauf habt dann lasst ihr diesen router einfach laufen und der macht dann sein ding vollkommen von allein wie gesagt ihr müsst kein internet zugang zur verfügung stellen es macht einen freifunkknoten natürlich um einiges wertvoller wenn er ins internet kommt wenn dieser freifunkknoten aber eine mesh verbindung zu einem anderen freifunkknoten hat dann könnte er natürlich auch logischerweise darüber internet beziehen und ihr strahlt das dann einfach nur weiter aus nach gebühren müsst ihr keine zahlen und ja bandbreite begrenzen lässt sich auch noch verbrauch sind vielleicht fünf euro im jahr zumindest für die kleinste variante des routers zur sicherheit gibt es zu sagen klar das ist ein offenes netz da kann derjenige der diesen router betreibt eben auch den netzverkehr mitlesen aber nur soweit wie er unverschlüsselt ist das heißt sobald ihr eben auf https also secured seiten geht dann kann dieser dateparkehr zwar immer noch mitgelesen werden aber der ist dann halt verschlüsselt und es macht einfach keinen sinn diesen verkehr zu entschlüsseln das würde wahrscheinlich ewig dauern wie gesagt dadurch dass ihr diesen freifunkknoten einrichtet und ihn ins internet schickt macht ihr euer eigenes netzwerk euer heimnetzwerk nicht für die öffentlichkeit zugänglich denn zumindest wenn ihr es richtig macht denn dieser freifunkknoten geht meistens über ein vpn mit und dieser freifunkknoten wird auch bei mir ist er zum beispiel über den gast zugang der fritzbox mit angeschlossen und somit einem in einem komplett anderen netzbereich und damit ist das eigene heimnetz eben auch nicht sichtbar wenn man sich in den freifunkknoten einloggt ja haftig für meine nutzer das war immer ein sehr interessantes thema hat sich aber letztens auch erst erledigt da wurde ja das telemediengesetz mehrmals überarbeitet und jetzt mittlerweile im dritten anlauf hat man dann diese störer haftung für privatpersonen und auch unternehmen komplett erstmal außer kraft gesetzt das heißt bis auf weiteres heißt also wenn ein urheberrechtsverstoß über euren freifunkknoten gegangen wird und das eben gerichtlich dann verfolgt wird dann kann es sein dass das gericht euch dazu veranlasst netzsperren in diesen freifunkknoten einzubauen dass eben die seiten wo diese urheberrechtsverstöße begangen worden eben nicht mehr angesurft werden können es können euch aber keine geldklagen mit horrend hohen summen mehr entstehen ich glaube das wäre auch so grundsätzlich das wichtigste was man zum freifunk zu sagen hat ist eine gute sache ist wie gesagt für jeden leicht einzurichten kostet auch wie gesagt 20 euro in anschaffung 5 euro dann jährlich vielleicht für den stromverbrauch und ansonsten wenn ihr einmal diese freifunksoftware drauf hat und euch diesen router irgendwo gut positioniert hinstellt dann könnt ihr den einfach sorgenfrei laufen lassen und würde damit eben wie gesagt damit beitragen dieses netz weiter auszubauen diesen freien internetzugang zur verfügung zu stellen das unzensiert zu machen das kostenlos zu machen so dass eben jeder zugriff auf die information im internet erhält alles klar damit bin ich für dieses video raus ich danke euch für eure aufmerksamkeit wenn ihr fragen habt stellt die gerne in der kommentar sektion ansonsten würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video tschüss und bis dann bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.